Jo meine Freunde, was geht ab und herzlichst Willkommen. Ja meine Freunde, ihr seht richtig, es ist mal wieder soweit. Es wird mal wieder ein Turnier geben und zwar ein One-on-One-Turnier. Das Ganze hatte jetzt ein bisschen Zeit lang, beziehungsweise haben wir keins mehr gemacht und deswegen dachte ich, ja hey, jetzt ist es mal wieder dran, dass wir mal hier wieder ein bisschen Gas geben. Und deswegen, sonst hatten wir ja meistens Two-on-Two-Turniere, diesmal wird es wieder ein One-on-One-Turnier geben. Das Ganze wird unterstützt von Corsair, das heißt ich kriege zwar kein Geld von denen, aber die stellen mir die Preise und das finde ich ziemlich cool, denn hier gibt es sehr, sehr coole Preise. Ich darf dir euch mal vorstellen, Platz Nummer 1 ist die gute Skimmeter RGB optische Maus. Für 100 Euro denke ich auf jeden Fall ein gutes Ding, als erster Platz kann man sich auf jeden Fall geben. Platz Nummer 2 ist dieses Headset, 90 Euro und Platz Nummer 3 haben wir ein Mauspad. Natürlich kann grundsätzlich der sagen, der Platz 1 hat, kann auch sagen, hey, er nimmt Platz 2, also 1 von beiden. Kann er sich natürlich aussuchen. Also vielen Dank an dieser Stelle an Corsair. Und die Links dazu sind hier ebenfalls hier drunter verlinkt, falls ihr euch das Zeug nochmal angucken wollt. Ja, ansonsten, es wird natürlich auch wieder ein Regelwerk geben. Diese, zu dieser Seite, das ist Chalons, da könnt ihr euch anmelden für das Turnier, den packe ich euch in die Beschreibung rein. Und hier findet ihr das Regelwerk. Ich zeige euch einmal kurz die Regeln, um was Sache ist. Also erst einmal, es ist ein One-on-One-Turnier. Summoner's Rift Blind Pick Top Lane. Das sind die grundsätzlichen groben Bedingungen. Gewinnen wird der, der den ersten Kill erzielt. Oder den ersten zerstörten Turm auf der Top Lane. Sollte ein Turm in der Mid Lane oder auf der Bot Lane oder irgendwo fallen, das ist einfach Pech. Oder Glück, je nachdem, für wen halt. Und ja, wie gesagt, der erste Kill. Also ein Execute zählt nicht, wenn ihr euch einen Tower umbringt und der Gegner keinen Champion Damage gemacht hat. Dann zählt es nicht. Beziehungsweise solltet ihr den Gegner igniten und töten und euch tötet der Turm vorher und der Gegner stirbt danach, dann habt ihr trotzdem gewonnen. Weil Executes zählen nicht. Ich hoffe, das ist unverstanden. Ich denke schon. Ja, das Turnier wird um 10.30 Uhr am 6.11. starten, also morgen. Und das bedeutet, dass ihr solltet am besten 10.30 Uhr direkt da sein. Ja, am besten schon vorher. Ich werde auch schon vorher streamen, ich denke schon um 9 Uhr oder so, wie gewohnt. Wie gewohnt, ja. Und ja, das Ding ist, ihr habt 10 Minuten Zeit, wenn ihr um 10.40 Uhr noch nicht da seid, dann kann der Gegner eintragen, hey, ihr wart nicht da und dann werdet ihr disqualifiziert. Also ihr müsst schon pünktlich sein, mehr oder weniger, das wäre schon ganz nett. Und ja, es wird einen Champion Pool geben. Das hier sind die vorgegenden Champions und ihr braucht jetzt nicht sagen, ja, aber hey, Tobi, wo ist Renekon, wo ist Pantheon, wo ist was weiß ich. Also grundsätzlich grob sind es Nahkämpfer alles. Es sind mehr oder weniger alles Top-Lane-Champions. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Und ich habe einige Champions rausgepackt, die, das Ding ist bei Renekon, Renekon ist permanent. Renekon ist einfach, wird permanent gepinkt, genauso wie Pantheon, das ist langweilig. Das haben jetzt einige Turniere schon gezeigt und deswegen möchte ich einfach andere Champions ausprobieren. Außerdem habe ich sehr viele Tanks rausgenommen, weil, hey, Tanks, habe ich keinen Bock drauf. So, ganz ehrlich. Ansonsten, also solltet ihr einen falschen Champion picken, Disqualifikation, Instant. Gegner macht Screenshot von und ihr habt sofort verloren, also haltet euch dran. Nicht auch, wenn euer Gegner sagt, das, oder es gab schon mal, hey, wenn ihr fragt, ja, kann ich vielleicht trotzdem Set picken und der Gegner sagt, ja, dann habt ihr trotzdem verloren. Der Gegner, ihr dürft das nicht machen, ihr dürft nur diese Champions spielen, ganz einfaches Ding. Ansonsten, Jungle Camps sind verboten, das heißt, ihr dürft keine Jungle Camps clearen und sowas kann man natürlich immer easy nachvollziehen, wenn der Gegner schon Pods hat, drin hat oder wenn er schon irgendwie einen Buff bekommen hat oder irgendwie mehr CS auf einmal hat. Ansonsten, ihr dürft allerdings überall durch den Jungle durchlaufen, ihr dürft back gehen, jederzeit. Fluss und Jungle, wie gesagt, dürft ihr überall betreten, ist gar kein Ding. Summler Spells dürft ihr alles mitnehmen, außer Teleport. Auch dies führt sofort zur Disqualifikation. Ebenfalls, also alle Regelbrüche. Natürlich logisch, 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 logisch. Ansonsten, wie sieht das ganz aus? Ihr müsst hier auf dieser Seite, wie gesagt, Link ist in der Beschreibung, macht euch einen Account. Wichtig bei diesem Account, es sollte euer Ingame-Name sein. Nicht nur sollte, muss. Es muss euer Ingame-Name sein, damit man euch wiederfindet. Und solltet ihr da irgendwie euch dann angemeldet haben, müsst ihr gucken, dass ihr vielleicht noch die Zeit ändert, weil oft steht das irgendwie auf American-Zeit oder irgendwie sowas. Und deswegen kann das vielleicht zu leichten Irritationen führen. Dann steht nämlich hier nicht 10 Uhr, sondern 6 oder weiß ich, was steht da. Ja, ansonsten, das Ganze wird natürlich hier gecastet auf meinem Kanal, ganz logisch. Das Tunie findet nur 10.30 Uhr an. Es wird allerdings einen Check-In geben. Das kennen viele von euch schon. Check-In bedeutet so viel, ich erkläre es ganz kurz wie beim Flughafen. Beim Flughafen macht man auch ein Check-In vorher. Das heißt, dass man sieht, die Leute sind da. Man könnte jetzt sagen, man meldet sich an und sagt dann morgen, nö, ich hab gar keinen Bock, ich schlafe immer eine Runde. Und dann hat man sich angemeldet und ist nicht da. Das heißt, ihr müsst dann sagen, um 10 Uhr fängt das an der Check-In, müsst ihr sagen, hey, ich bin da. Dann weiß das System, hey, du bist da und dann kannst du mitspielen. Das heißt, wenn du dich zwar anmeldest, aber nicht zum Check-In da bist, dann bist du nicht dabei. Ganz einfache Kiste. Und ja, das heißt, wenn ihr euch euren Account gemacht habt, ich hab mich jetzt allerdings schon angemeldet, wird hier stehen, ich glaube hier steht das oder hier rechts, steht da Sign-Up oder Register. Register steht da irgendwie sowas und dann könnt ihr euch einen eintragen quasi. Und es wird dann permanent hier unten ein Bracket aufgebaut. Hier unten seht ihr das, hier ist so ein, hier kann man schon sehen, hier sind zwei angemeldete Leute. Les GQ und Harkon zum Beispiel. Und je mehr Leute sich anmelden, umso weiter wird dieser ausgebaut. Also, umso mehr, das wird auch die ganze Zeit weiter gemischt. Ja, wenn jetzt zum Beispiel neue Leute, das mischt sich jedes Mal durch. Das heißt, wenn jetzt, solange das noch nicht voll ist, ist das nicht euer finaler Gegner. Ihr könnt jetzt, ihr müsst wirklich drauf achten, wer euer Gegner ist. Erst wenn ich sage, okay, das Turnier fängt jetzt an, dann ist euer Gegner wirklich bestimmt. Bis dahin kann es sich die ganze Zeit immer wieder rumwerfen, umwirbeln und es können immer andere Gegner sein. Es gab in Zukunft Probleme, dass Leute, ja, die haben nur geguckt, ja, hey, hier steht Harkon und morgen gingen sie dann hin zum Turnier und haben den rausgefordert. Dabei hatten die die mittlerweile schon wieder hundertmal geändert. Ja, ansonsten, wichtig ist natürlich, es gibt keine Elo-Begrenzung. Bedeutet, es kann natürlich sein, dass ihr als Bronze-Spieler direkt gegen einen Diamanten spielt. Es kann sein, dass ihr als Diamanten direkt gegen einen Challoner spielt, was eigentlich okay ist, aber es kann sehr, sehr unfair werden. Und so höher ihr kommt, umso später, beziehungsweise so weiter ihr kommt, umso höher ist die Chance, dass ihr starke Gegner kriegt, die nicht eure Elo sind, wenn ihr gerade ein bisschen tiefer seid. Das ist einfach so, das ist ein Wettkampf, da kann ich nichts dran machen. Versucht, wenn ihr Lust drauf habt, ist das okay, aber kommt mir nicht mit. Also es gab immer wieder Leute, Tobi, das ist total irgendwie, ich muss gegen den Dia spielen. Ja, so ist das. Die Gladiatoren in der Dings haben auch nicht geweint, wenn sie mal so einen Berg vor sich stehen haben. Die haben dann den Arsch zusammengekniffen und versucht, den kaputt zu machen. Das ist immer noch ein Fun-Event. Tryharded, versucht was rauszubringen. Wenn ihr verliert, ihr habt nichts, dieses Event, dieses Turnier ist kostenlos, ich nehme euch kein Geld aus der Tasche oder so. Von daher habt ihr nichts verloren an dem Ganzen. Ja, ansonsten, was gibt es zu sagen? Achso, wichtig, wenn ihr gewonnen habt, ihr müsst einen Screenshot machen. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel Druck drücken. Testet das bitte vorher aus. Also wenn ihr Druck drückt, dann speichert ihr das, dann könnt ihr Paint öffnen und dann könnt ihr STRG-V drücken. Das heißt, ich mache jetzt einfach mal hier Druck. Ich hoffe, das klappt. So, hab Druck gedrückt. Mache jetzt hier einfach mal Paint auf. Und jetzt drücke ich STRG-V und jetzt seht ihr, hier ist mein Ding. Das kann ich jetzt hier oben abspeichern und dann habe ich meinen Screenshot. Ihr könnt das auch mit F12, glaube ich, machen. Da müsst ihr aber das Ganze in Fenstermodus packen. Also, LOL müsst ihr, glaube ich, in Fenstermodus packen, sonst wird der Bildschirm schwarz. Und ich glaube, die Datei ist dann mega riesengroß. Das heißt, die müsstet ihr wahrscheinlich immer vorher noch ablauen bei Imgo oder irgendeinem Programm, was das Ganze ein bisschen kleiner macht. Denn ihr müsst eure Siegbedingungen aufnehmen. Wenn ihr den Gegner killt, Screenshot. Wenn ihr den Tower killt, Screenshot. Wenn der Gegner den falschen Champion pickt, Screenshot. Und dann könnt ihr das nämlich hier, das wird dann, sobald ich das geöffnet habe, wird hier hinten so eine Möglichkeit geben. So ein Teil, da drückt ihr drauf und dann könnt ihr sagen, hey, ich habe gewonnen. Ich habe, dann könnt ihr da das Attachment dranhängen und dann sagt ihr, hey, ich habe, dann schreibt ihr kurz rein. Dann, ja, ich habe gewonnen durch Turmkill, durch Championkill, durch Gegner ist nicht erschienen. Das könnt ihr dann natürlich nur bei der ersten Runde. Diese 10-Minuten-Sperre gilt nur für die allererste Runde. Danach müsst ihr halt einfach mal ein bisschen warten, falls jemand ein bisschen länger dauert. Und ja, ansonsten, wie gesagt, müsst ihr das hier eintragen. Da ist dann hier so ein Zeichen hinter, oder ist das dieses hier? Ja, genau, hier müsst ihr auf diese Lupe gehen oder hier ist dann so ein Zeichen. Und hier oben könnt ihr dann so was eintragen. Das geht jetzt noch nicht, weil quasi das Turnier noch nicht gestartet ist. Und dann müsst ihr quasi warten, bis die Leute das eintragen. Es kann also immer ein bisschen dauern. Ja, ich versuche euch das jetzt möglichst direkt alles zu erklären, bevor ihr nachher irgendwelche Probleme habt. Gibt es noch irgendwas? Also das Wichtigste ist, meldet euch an, es gibt nur 256 Plätze. Wenn voll ist, ist voll. Ihr könnt stärkere Gegner bekommen. Das Turnier könnte wohl mindestens 4 Stunden dauern und vielleicht auch sogar 5, 6. Also wenn ihr keine Zeit habt, meldet euch nicht an, bitte. Ansonsten, Fair Play ist natürlich wichtig. Ja. Und in dem, ach so, wichtiges, ja, ne, obwohl, ne, das ist in Ordnung alles. Das war's dann eigentlich soweit. Wie gesagt, meldet euch mit eurem richtigen Namen an. Und dann wünsche ich euch viel Spaß, freue mich auf eure Teilnahme. Bis auf Wiedersehen und Goodbye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.